Das ist genauso öde wie die tägliche Dusche. Das bedeutet einen Punkt für unsere Notendurchschnitt. Was denn für einen Notendurchschnitt? Spinnst du? Deine Noten, die sind ja wohl schlecht genug. Wir werden nicht gerade im Jubel ausbrechen, wenn du anfängst, dich hier voll zu fressen, dummes Wuhn. Ich sag auf keinen Fall dem Boxsteam ade. Das ist mein Ticket fürs College. Na komm, wie darfst du nur mal die Arme hochnimmst? Ich mach dich... Miss Fickers. Hallo, Mr. Nielsen. Geh ich recht in der Annahme, dieser Fastentag war Ihre Idee? Mhm. Sollte es irgendwelche Probleme geben, hätten wir es mit dem Schulvorstand zu tun. Das ist nicht lustig. Hallo? Sarah? 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 Du machst mich so heiß. Wie wär's mit uns beiden? Oh, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. Wo sind denn Terry und Vanessa? Ihr verschließt alle eure Augen davor, so blind könnt ihr doch nicht sein. Wir müssen hier irgendwie raus und die Polizei rufen. Nein, keine Polizei. Wir regeln das allein, das ist Selbstverteidigung. Etwa mit diesen Waffen? Mit allem, was wir haben. Fermin.